Müssen die Seraphim hier unten getötet werden, das ist der einzige Weg. Ich werde die Verbindung nun abbrechen, damit mich diese widerliche Natter nicht vollends zur Weißblut treibt. Ich hoffe, ihr werdet Erfolg haben. Nun bin ich also doch noch in Erscheinung getreten. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um euch noch einmal zu warnen. Narazul Arantean ist gefährlich. Es gibt einen guten Grund, warum er weggesperrt wurde. Wenn er freikommt und seinen Feldzug gegen die Götter weiterführt, gut, es soll mir recht sein. Schließlich haben mich die Lichtgeborenen, also die Götter, nach der Schlacht gegen ihn verbannt. Und ich hege keine Sympathie mehr für sie. Arantean ist mächtig und er könnte es schaffen, die Götter zu besiegen. Aber hütet euch vor ihm. Er hat nichts zu verlieren und er wird alles daran setzen, zu gewinnen. Er wird über Leichen gehen. Behaltet das in eurem Herzen. Und nun verschwindet aus meinem Land. Ich habe das Gefühl, dass ihr anderswo dringender gebraucht werdet als hier. Okay, this is the part. Please. Please. Oh my god. Okay, something I want to mention. So, at that point, the mod that I was under would stop there. It would literally let my character freeze there. No matter what I did, I couldn't fix it. So, I just want to mention that. So, that's the reason why I said hopefully it works now, because I did not want to break that. So, I'm going to save it now. What has happened? Die Soldaten des Kanzlers haben das Sanctum angegriffen. Wir sind gerade eben erst von einer Mission zurückgekehrt. Und so wie es aussieht, stürmt da die halbe Armee auf uns ein. Wir müssen alle ins Hauptgebäude zu Mersu. Ansonsten haben wir keine Chance. Los jetzt! Okay, so, as I said, that part would break. So, I tried everything I could. I tried to force the script into running. That didn't work. I tried to teleport myself over here. That didn't work. I tried to do, reenact, like, all the commands that would allow the script to work. While it did change the overall world space to whatever, and it would freeze my character, nobody did anything. So, when I did that exact same thing, but teleported this NPC, I forget who it was, to my person, it would trigger it, but it wouldn't trigger the overall, like, quest change and all that stuff. So, I was pretty much stuck here doing absolutely nothing. Couldn't do a single thing. So, I was dumbfounded into trying to figure out how to get the bloody thing to work. And I was stuck. Couldn't really, like, continue onward with the main story, because there was nothing to continue at that point. So, I just stopped. And I asked the two mod creators that, well, one did more of a tweak for it, and the other one actually did do it. I asked both of them if they could find out why this is happening to me. Because what I originally had was my armor that you saw, but more powerful kind of thing. But it has literally the same effects that would actually change, like, that would actually affect it. I think it had spell absorption and resist magic kind of thing. So, I took everything off. Literally, my character had no enchanted gear, nothing, no passives, no nothing. Still couldn't do it. So, I thought, okay, what's going on here? Like, I don't understand what's going on. So, I changed pretty much everything. I'm just getting rid of everything out of my inventory right now, while talking about it. If you're wondering what I'm doing. So, I'm trying to, so, trying to figure it out. I tried practically everything. I tried uninstalling every DLC, except for, you know, my mod. That's the lid work. I tried uninstalling, or not uninstalling, but unclicking and technically uninstalling, I guess, as well. So, my mod didn't do anything. So, I went, okay. So, I have no idea what's going on here. So, I found out later on that my OBSC version that I was currently running was outdated. Because I had one that specifically worked, or that looked like it worked with Steam. Because, uh, what's normally supposed to happen is that when you try and click OBSC on the Steam version of Oblivion, it tells you, Oh, you need to make sure that you have your community tab, so, opened, or something like that. It says, like, you have to enable it, kind of thing. Well, you can't really do that. But, apparently, this is a normal thing that's supposed to happen. It's still going to work regardless. But I didn't know that at the time. So, somebody posted a version of Oblivion that would work regardless of whichever version. So, I thought, hey, that could probably, like, that could possibly be the problem. But, then again, every other mod that requires OBSC at such a high level, we'll say, or, like, the newest one, always worked. So, I don't think that's the problem. So, I'm like, you know what? I'm just going to try. And that's what I did. I tried, uh, changing that, and it didn't work. So, I went, well, now I'm allowed out of ideas. So, I think I posted, I think I gave them the message, I think, early April of this year. I haven't looked. Then again, I've been playing Nairum on, through Steam now. So, I don't really think I, that even if they were to give me the answer now, I don't really think it's going to matter. Like, I'm already playing Nairum. It's not that big of a deal. I wouldn't be surprised if they end up, like, messaging me back saying, like, Hey, why don't you play Nairum on Steam? Like, wow, it's not like I'm already doing that. Okay. That sounds like a robot, but okay. Sounds like they have a voice filter, like, as a robot. Come on. Let's go. Oh, no. A Templar at the Sanctum. We can't steal his stuff. Why can't we steal his stuff? Oh, that's fine. We're dead. We're dead. We're dead. We're dead. Okay, there we go. There we go. I can't see. Oh, no. Assetius... Or, Asseta Seminole. Chancellor Soldier's dead. Oh, no. Our guys are dying. Trying to make sure that I'm not hitting our guys. Probably won't stop me. I'll probably run right in front of my firebolt anyway. This is, like, pretty much easy mode right now. We're just hitting everything. No. Templar at the Sanctum. How could you fall? To such a weak army. They have... They have iron armor. Yeah, we can't go there, so we have to go a long way of going around. Great. And we're over and covered. Yep. That's fine. We can just store all this stuff in here. Yeah, so there's my story of trying to get Nairim to work. That was fun. It only took three people and pretty much just one of them to, like, give up, pretty much, in order to solve the issue, which was just get a different version of Nairim. Oh, yeah, this guy, yeah, you have to bring this guy over to you, and it's supposed to trigger the cutscene. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Okay. Sie braucht keinen Führer, um weiter existieren zu können. Sie lebt von allen Menschen, die sie in ihrem Herzen behalten. Deshalb wird es unserer Sache keinen Abbruch tun, wenn ich sterben sollte. Unsere Idee, die Idee von Aratzul Arantial, wird nicht mit mir untergehen. Ihr habt recht, Merzul. Aber was denkt ihr, wird Baratron mit uns machen? Sein Problem ist, dass er alles und jeden unterschätzt. Er wird in euch keine allzu große Gefahr sehen und euch ins Verlies der Hauptstadt sperren lassen. Es dürfte schwierig sein, von dort zu fliehen, nicht für euch. Wenn ihr draußen seid, müsst ihr ins Nordreich gehen. Dort ist ein befreundeter Magier, der unsere Sache von da an weiterführen kann. Ihr redet von Callisto, im alten Bergkloster. Genau den meine ich. Sucht das Bergkloster im Nordreich auf und berichtet Callisto von den Geschehnissen hier. Genaueres können wir jetzt nicht planen, aber ich weiß, dass ihr es schlussetzt. Das sind viele Soldaten. Sie haben das ganze Pack auf einem Fläckchen und alle zittern sie um ihr Leben, als wäre gerade der Tod selbst durch dieses Tor geschritten. Doch ich fühle mich geschmeichelt. Euer erster Verrat hat euch wohl nicht gereicht, Baration. Es war euch wohl nicht genug, dass ihr mich und unsere Idee im Stich gelassen habt, nachdem Aratzul Arantial damals gefangen genommen wurde. Ich nenne es mitnichten Verrat, Mersul, mein Freund. Vielmehr Voraussicht. Arantial war aus dem Spiel und wir beide haben danach lediglich unsere eigenen Ziele verfolgt. Ihr habt das vielleicht. Ich wollte Arantial als Idee weiterleben lassen. Ich habe diesen Orden gegründet. Und euch fiel nichts Besseres ein, als uns einzuschränken und zu unterdrücken. Schweig! Deine Chutzbe kann dich auch nicht mehr retten. Du, Mersul, hast meinem Befehl zuwider gehandelt, indem du neue Schüler ausgebildet hast. Dies hier hast du dir, ganz allein dir und deiner unendlichen Starkköpfigkeit zuzuschreiben. Ihr redet unsinn. Schließlich seid ihr nur hier, weil ihr es nicht dulden könnt, dass die Menschen im Sanctum magie nutzen können. Ihr wollt, dass dies allein euer Privileg ist. Ihr wollt jeden, der magisch begabt ist, davon abhalten, seine Fähigkeiten zu gebrauchen, damit niemand eine Gefahr für euch werden kann. Und dabei vergesst ihr, dass der Schatten, den ihr jagt, eine erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem Schatten, den ihr werdet. Ich könnte jetzt meine Aramantialerie-Gard hier. Mersul, der gute Mersul, um große Worte niemals verlegen, genau wie früher. Und immer noch an Idealen festhalten, die sich schon längst selbst überlebt haben. Ihr seid eine aussterbende Spezies, mein Freund. Und damit wäre ich auch schon bei dem, wo ich mich nicht mehr zurückkomme, wenn ich hierher gekommen bin. Wie könnt ihr zurück? Oh. Das reicht. Wenn ihr glaubt, dass eure Kräfte den meinen überlegen sind, dann versucht euch an ihn. Ist er dead? Aber lass die anderen hier aus dem Spiel. Das ist ein Spiel, das nach meinen Regeln läuft. Ah, nein! Was habt ihr getan? Du hast das Puck in den Kalka. Sie stellen keine Gefahr mehr da. Uh. Oh. You're gonna feel bad about- Oh. Brayden has killed Mersul. Ikorius. Kim is probably still in Arkwind. Okay. Only Melvin and I have survived the attack. The soldiers knocked me out and brought me to a cell in the Arathen prison. I regained consciousness. Just a moment ago. Ups. Safe. Seid ihr wach? Euch scheint nichts zu fehlen. Wir haben mehr Glück, als wir ahnen können. Diese Dumpfbirnen haben uns tatsächlich nebeneinander gesperrt. Mersul hat es ja gesagt. Wir werden schon hier rauskommen. Das dürfte quasi gar kein Problem werden. Ja. Mersul hat es gesagt. Und nun ist er nicht mehr. Er hat seinen Tod in Kauf genommen. Sicherlich. Aber das macht es doch nicht einfacher. Auf uns lastet jetzt eine unvorstellbar große Verantwortung. Erinnert ihr euch? Wir müssen hier ausbrechen und den Magier Callisto im Nordreich aufsuchen. Das sagte er. Ich spüre, dass Baratheon ein magisches Feld um die Zellen gelegt hat, um uns am Zaubern zu hindern. Aber wisst ihr noch, was Mersul gesagt hat? Der Kanzler ist nicht gut, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. Für euch ist das Feld vielleicht stark genug. Aber ich werde es brechen können. Ich kann die Schlösser öffnen. Ich kann die Schlösser öffnen. Nur eine Minute. Okay. Ich kann die Schlösser öffnen. Ich kann die Schlösser öffnen. Ich kann die Schlösser öffnen. Ich kann still use spells. Ich kann summon my chest. Aber wir müssen ruhig und vorsichtig sein. Und niemand kann sehen. Als erstes müssen wir unsere Ausrüsten wiederfinden. Wir können dich nicht ausbrechen mit nichts an als unserer Haut. Und danach... Moment. Still. Da kommt jemand. Bleib wo ihr seid. Ich kümmere mich darum. Shouldn't I close the door? Hörst du mich? Ich höre euch, Herr. Was befehlt ihr? Seht ihr? Es hat geklappt. Sprich, wo habt ihr unsere Sachen hingebracht? Sie wurden in der Asservatenkammer hinter den Quartieren der Soldaten verstaut. Da könnten sie auch gleich in Baratheer und Kleiderschrank liegen. Es sei denn... Hör zu. Du wirst uns beide zu unseren Sachen führen. Durch die Quartiere. Und du wirst so tun, als seien wir deine Gefangenen. Jawohl, Herr. Folgt mir, Herr. Am. Wir müssen dicht hinter ihm bleiben und vor allem unsere Handfesseln anbehalten. Macht keine auffälligen Bewegungen oder sowas. Wir gehen durch die Quartiere. Es werden zu viele Wachen für einen Kampf sein, also haltet euch um Himmelswillen zurück. You look creepy. Los jetzt. Und denk daran, was ich gesagt habe. Okay, I have Capsack on, so we should be walking around. I should be fine. I'm going to save it here, just in case it actually legitimately wants me to switch between walking and running. Stopp! Zutritt nur mit beglaubigter Autorisierung. Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen...